Ja Momo Leute, euer Sero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Gestern haben wir das erste Mal die Hauptstadt von Monarch verlassen. Oder heißt die Stadt auch Monarch? Ich glaube die Stadt, ne der Planet war halt Monarch, ne? Die Stadt hieß, ich weiß es nicht mehr. Wir haben sie verlassen auf jeden Fall und sind endlich rausgegangen. Und heute begeben wir uns Richtung Amber Heights. Und mal gucken, was wir heute auf dem Weg alles erleben. Viel Spaß! Hier ist keiner. Wer prüft denn, ob ich hier überhaupt sein darf? Ups! Frage ist es hier, sind hier nette Menschen, die mich nicht hier haben wollen? Oh, wollte es nochmal. Oder sind hier böse Menschen, die mich auch nicht hier haben wollen? Nein, ich will nämlich keiner hier haben. Ist schon ein bisschen traurig, das Spiel, ne? Keiner will mich haben. Ja, dafür loot ich all ihr Zeug. Was habt ihr davon, ne? Jeder, der mich hasst, den beklaue ich. Siehst gar nicht ein, dass ich mich irgendwie einschmeicheln muss. Ich verstehe hier die gegenwärtige Situation nicht. Hier ist nicht mal ein Gegner. Der feist das. Vollschutzhelm. Ich meine, der ist schon ganz cool und so, ne? Aber leider kann ich den nicht gebrochen. Mr. Energy. Fixgriff. Ich finde, die Tank-Sachen sehen hier echt cool aus. Muss ich sagen. Sind echt nice geworden. Bin aber leider Assassine. Und du bist zu. Verschlossen. Hallo? Okay. Vermute mal, äh, Quest. Aha! Kannst dich nicht vor mir verstecken. Nichts und niemand kann sich vor mir verstecken. Außer vielleicht ich selber. Weil ich kann mich ja selber nicht sehen. Ich bin der beste Assassine. Sei denn, ich laufe am Spiegel vorbei, dann bin ich natürlich enttarnt. Aber glücklicherweise bin ich so hässlich, dass ich mich an den Spiegel anschleiche. Sonst erschrecke ich mich. Na gut, ich würde sagen, dann kommen wir eines Tages wieder. Ich vermute mal, dass es was mit, äh, was war das denn jetzt? Da war die ganze, hat da irgendwas kurz aufgeblinkt. Was ist das hier? Hä? Entschuldigung, ich hab doch keine Anzination. Egal. Hat da irgendwas mit unseren Begleitern zu tun, nehme ich an. Noch mehr Loot. Bin wahrscheinlich die reichste Person hier im Universum, weil ich alles klaue. Jo, äh, beside, äh, Dinge zu verkaufen. Ich mein, ich muss es natürlich ausnutzen, dass hier ein Verkaufsautomat ist, ne? Ist ja ganz klar. Das würden wir auch verkaufen. Ich brauch Geld. Ich hab ne Menge Geld ausgegeben, um hierher zu kommen. Nur um festzustellen, dass ich eigentlich, wahrscheinlich mich hätte durchschleichen können. Aber auf die Idee, bin ich als Assassine nicht gekommen. Ich bin nicht drauf gekommen, mich durchzuschleichen, Leute. Was sagt das über mich aus? Ich weiß es nicht. Okay, sieht doch nicht gut aus. Wenn ich das vermuten können. So, und den ganzen Müll. Jetzt wiege ich 68. Das ist immer noch nicht besser, ne? Ja gut, ich muss meine legendären Sachen loswerden. Dann passt das schon. Wie sieht es eigentlich mit Trinken aus? Wir sollten mal wieder. Was haben wir denn hier? Das ist auch etwas, was mich enorm stört an diesem Spiel. Ich weiß nicht, was Alkohol ist. Und ich weiß nicht, was was zu trinken ist. Es sei denn, ich probier's aus und merk's mir auf irgendwelche wirklich seltsamer Weise. Ich weiß nicht, wer merkt sich denn das Ganze? Da, da, da. Ich seh's doch die ganze Zeit. Da blinkt irgendwas auf die ganze Zeit. Was ist denn das? Okay, laufen wir noch mal hin. Sind das vielleicht Gegnername? Haben sich Bugs innerhalb meiner Aktivzeit hier eingesch... Du hast nichts gesehen. Super, jetzt versteckt er sich. Nein, ich hab keinen Slow-Modus mehr, aber zum Glück bewegt er sich nicht. Man dürfte meinen, dass die Leute sich in Deckung begeben, wenn sie einen Sniper hören. Aber hey! Diese Schüsse sind ja von mir so präzise geschossen und durch den Wind so berechnet, dass sie keine Geräusche machen. Laut wie sonst was, weißt du? Nein. In Deckung gehen. In Deckung gehen ist für Noobs. Oh, guck mal. Kann ich dich von hier aus treffen? Oh. Das ist ja noch was Größeres. Aber rein theoretisch, wenn ich von hier aus jemanden treffen könnte. Oh, der ist schnell. Ach komm, so weit laufen die doch gar nicht. Kannst du mir doch nicht erzählen. Äh, Justin, wir haben ein Problem. Äh, äh, äh. Oh Gott, er ist hier. Oh, da. Oh, da ist er. Hilfe. Kannst du bitte ins Wasser springen? Hör auf mich zu snipern. Oh mein Gott. Ich will nicht sterben. Ich kann nicht speichern. Verdammt, jetzt heilen die sich. Okay, auf diesen Roboter muss ich achten. Kann ich ihn jetzt reizen? Verdammt. Hätte ich ihn jetzt getroffen. Okay, nur Sekunde. Kapitän. Kapitän. Ich ziehe auf seinen Tank. Ha! Die Schwachstelle. Eine Seelenroboters. Ist quasi das Herz auf dem Rücken. Wer auch immer auf die Idee kommt. Könnte sowas auch ein bisschen weiter innen platzieren. Dabei. Würde nicht funktionieren. Wegen Hitzeentwicklung. Oder keine Ahnung. Wir waren doch drei. Habe ich den einen getötet? Ich glaube nicht. Glaube ja nicht. Aha. Oh, guck mal da. Weißt du? Das ist der beste Speer, den ich jemals gesehen habe. Der sitzt hier. Und starrt hier gegen die Felswand. Ich beobachte die Felswand. Wenn sie sich bewegt, sage ich meinem Chef Bescheid, der da hinten tot um die Ecke liegt. Warum blinken hier? Da! 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 Was ist das? Da war es schon wieder. Da! Da! Das ist zum Teufel. Da! 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 Ach, das ist ein Gegner. Wallhack. Ich habe den Wallhack aktiviert, alter Schwede. Hier ist auch einer. Hier muss einer sein. Hier habe ich durch die Wand gesehen. Der Speer hat nämlich in diese Richtung geguckt. Da! Da! Guck mal da. Da! Guck mal da. Wollen wir jetzt die sitzenden umbringen? Gabu! 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 Ich sehe die andere nicht. Irgendwo da ist er. Oh Gott! Wer zieht dich? Ich mag Leute nicht, die auf mich zulaufen. Ich habe mich gerade erinnert, dass ich hier einen Perk habe, der meine Zeitlupe verlängert, wenn ich jemanden töte. Was natürlich jetzt, dass das Zine richtig gut ist, wie man gerade gesehen hat. Aber es ist ein bisschen störend, dass wenn man die Laufentaste drückt, man durch die Wände gucken kann, wo die Gegner sind. Aber wer bin ich, dass ich vorschreibe, wie Entwickler ihrer Spiele entwickeln? Werde sei, was gut ist drin. Uh! 344 Bitmobile. Das ist gut. Das freut mich doch. Hoho! Offizier ist irgendwas. Belüfteter Mark III Helm. Ich habe einen Dolch bekommen. Und als das Zine interessiert mich, was dieser Dolch kann. Einhandschaden. Aha. Spezialeffekt Bluten. Ich bezweifle, dass mir dieser Dolch auf irgendeine große Art und Weise helfen kann. Ich meine, ich kann ihn mal ausrüsten. Gucken, was der so schönes macht. Oh, das sieht aus wie Skyrim. Ich komme mir gerade vor, als würde ich Skyrim spielen. 1 zu 1. Nur leider wird der Dolch wahrscheinlich nicht viel bringen, weil wir kein Damage damit machen würden. Ich meine, klar, das sind Bluten. Aber wenn ich jemanden steche, ne, dann blutet er. Das ist ja super schön und gut. Allerdings würde er wissen, wer ihn gestochen hat. Weil es sich dann umdrehen würde aufgrund von Schmerzen. Von daher würde er mich dann wahrscheinlich umbringen. Und das sehe ich irgendwie auch nicht ein. Amber Heights. Da wären wir bei unseren Familien angelegen. Hat ja auch nur fast eine Folge gedauert, bis wir hierher gekommen sind. Hab ich Stimmen gehört? Okay, hier endet das schon mal nichts. Ah, guck mal hier ist ein Lager. Die Frage ist, wie freundlich sind hier die Personen. Dass man sowas isst. Ich meine, ich nehme alles. Ja, was für ein Müll das ist. Ah, guck mal, noch ein Helm. Na gut, lass uns mal reingehen. Oh. Ich habe so viel schwere Munition. Ich werde ihn in meinem Leben nicht mehr verbrauchen können. Wiegt die eigentlich was? Muss die Munition loswerden? Gewicht 0, alles klar. Von daher ist alles in Ordnung. Du bist auch gut. Die Anstrengung. Ich bin die Anstrengung. Ich weiß nicht. Ich werde zu fragen, wenn ich mich nicht mehr gewöhnt habe. Ich bin die Anstrengung. Und Sie sind auch schließlich hier. Ich bin die Anstrengung. Was ist die Anstrengung? Ich bin das, was du wissen willst. Oh, oh nein, ich bin so entschuldigt, ich habe es immer vergessen, wir sind aus Pamplätzen. Oh Gott, Blastitz! Okay, erst mal, was sind Pamplätze? So, Alexa, was sind Pamplätze? Pamplätze bedeutet ein Schriftstück, in dem sich der Verfasser auf häufig polemische Art und Weise zu einem Thema äußert. Ich dachte, das wäre was zu essen. Als Maul. Du wolltest Essen erwähnt, aber musst du nicht gleich ankommen. Die Regelkatze. Okay, du bietest mir ein Pamplätze an, das du gar nicht hast. Ich bin so entschuldigt, es ist ein Habit, ich glaube. Wir hatten viel, aber wir haben aus Papier und Inke. Seitdem die Verbrüder geblieben ist, ist es schwierig, die Basiken zu kommen. Aber du weißt, was wir auch haben? Freiheit! Das ist der einzige Ort, in Halcyon, wo du ihn findest. Keine Verbrüder, keine Verbrüder, keine Probleme. Keine Probleme? Was ist mit den Reptidons? Oder den Plünderern? Ich suche nach Arbeit. Habt ihr einen Boss, einen Anführer oder irgendwas? Okay, wo finde ich die beiden? Sora und Graham. Okay, wir sehen mal was über diesen Graham. Der scheint irgendwie so eine Art Fanatiker oder so zu sein. Warum? Er ist unser Founder! Graham hat uns über Philosophismus gelernt. Durch ihn kamen wir zur eternen Wahrheit. Ich bin glücklich, dass du das fragen möchtest. Ich hoffe, dass ihr zu bleiben könnt. Was? Alle höchstens, wenn ihr tot seid. Warum seid ihr hier und nicht in Stellar Bay? Oh, Graham sattelt hier ein lange Zeit vorhin. Schau, ich wünsche mir, dass ich ein Pamphlet dir hatte. Es ist alles drin. Ich war nicht da, dann aber sie sagen, dass viele der alten MSI Corporate-Folks hier sterben. Er nennt es eine spirituelle Metaphore. Was für ein Rieser von den Aschern? Okay. Der neue Mann! Ja, er ist ziemlich clever. Er hat uns sehr schnell gemacht. Er hat uns geholfen, sehr schnell gesagt. Als ich ihn sah, er war in einer der Geburt auf der Helle. Die ist verschwunden. Okay, ist ein bisschen seltsam, wenn sie plötzlich wegploppt. Hallo! Ikonaklasten Aufrührer. Ihr seid wirklich friedfertige Leute. Guck mal hier. Eine Werkbank. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Fernkampfmord. Laufwängert, Rückstoß und Fadenkreuzschwankung. Okay. Äh, Flüster... Mh. Ist interessant. Mh. Das wäre irgendwie noch besser. Aber ich meine, so ein Flüsterrohr. Wir machen einfach mal so... Wir haben fünf Stück davon, ganz ehrlich. Machen wir da mal ran und freuen wir uns einen Keks. Können wir noch mehr ranmachen? So, Magazingröße, Schockschaden. Äh, wir verlieren aber normalen Schaden dadurch, ne? Schadenstyp Plasma. Ähm. Ich habe doch keine Schock... Weißt du, wir machen das einfach mal. Scheiß drauf. Waffenreichweite. Ach, Reichweite ist immer gut. Ich drücke! Weißt du, was stimmt mit dir nicht, Spiel? Aber das kann ich nicht installieren? Aber jetzt wahrscheinlich schon drauf ist. Ja. Fernkampfsteuerung. Danke eines internen Gyroskops werden ungewollte Bewegungen gedämpft und genauere Schüsse ermöglicht. Ja, ich brauche keine genaueren Schüsse. Äh, gut. So, läuft hier Schaden. Ich würde sagen, äh, wir tüfteln noch ein bisschen dran. Äh, apropos, kann ich noch da ran tüfteln? Äh, äh, da. Da ist mein Haufen, ne? Wie kaputt bist du denn? Schaden. Es würde mich 2000 Bits aufbauen. Weißt du, das hier ist schön günstig. Schaden pro Sekunde. Wenn, wenn der Schaden pro Sekunde... Ich hab mal auf 300. Äh, 204 Schaden. Ich meine, wir brauchen eigentlich nur diesen einen Schaden, der richtig reinknallt, ne? So, das reicht. 263. Das knallt ganz schön. Um 100 mehr. Rein theoretisch. Äh, müssen wir gucken. Reparieren. Du bist ja noch recht fit. Mehr als fit. Aber gut. Soviel dazu. Apropos. Ich muss mal nochmal tüfteln. Und zwar hier ran. Das sind die beiden Sachen, die wir tragen, ne? Ich will, ich will nicht tüfteln. Ich will modifizieren, bitte. Ich kann nur das hier modifizieren. So. Was haben wir denn hier? Erhöht den Rüstungswert. Erhöht den Rüstungswert. Und Helm gegen Plasmaschaden. Alles klar. Das bringt mir doch alles gar nichts. Ach, guck mal hier. Geht doch weiter. Wenn dein Leben zu weit fällt, macht dieser Mod dich kurzzeitig unverwundbar und erhöht deine Regeneration. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit. Alles gut. Fernkampffähigkeiten. Verhänger die Geräusche beim Bewegen. Tragekapazität. Ja. Ich meine, wir haben auf jeden Fall eine Auswahl. Was haben wir denn hier drauf? Erhöht Fernkampfwaffen. Aber es hat nur Rüstung 17. Wir müssten da eigentlich ein bisschen dran tüfteln, dass wir da irgendwie mal ein bisschen einen Bonus kriegen, glaube ich, ne? Das ist einfach so ein Billohelm, der ganz lange Waffen gibt. Das ist auch in Ordnung. Techfähigkeiten, Schlossknacken. Was haben wir noch? Nahkampfwaffen. Inspiration, ne? Keine Ahnung, was das ist. Aber gut, ich würde sagen, wir tüfteln erstmal an unsere Rüstung. Wir sind nämlich... Das war teuer. Wir haben schon mal dran getüftelt. Gut zu wissen. So, reparieren müssen wir, glaube ich, die Rüstung noch nicht. Aber die kann man mal reparieren. So, und dann zerlegen wir mal was, wenn wir schon mal hier sind. Das war der ganzen Kran, den wir nicht brauchen. So. Räuft doch. Na gut. Nein, nicht die Waffe rausholen. Die Waffe raus... Die Waffe rausholen. So. Keine Geräusche. Das gefällt mir schon mal. Vielleicht können wir das melden. Hey, du! Was? Was denkst du, du machst? Ich habe meine Waffe getestet. Äh. Gar nichts? Ich bin trotzdem nicht sicher, das war nicht mal eine Lüge. WDF? Was? Gesenkt? Ich habe gegen eine Wand geschossen, Junge. Achso, ich habe geklaut. Ah. Das ist schon so normal für mich, Sachen zu klauen. Dass ich mir denke, dass das legal ist für mich. Ich habe es wirklich nicht realisiert, dass ich was geklaut habe. Hallo. Wie heißt du? Revolutionär. Ich dachte, ich weiß, ein Revolverheld. Sehr gut. Seht ihr das? Die Anzeige. Die Anzeige links. Der merkt das, wie ich das Ding knacke. Alter, der guckt doch gar nicht hin. Verdammt. Okay. Liebes Tagebuch. Graham hat mir heute das Meditieren beigebracht. Da schließt man die Augen, atmet tief ein und versucht nicht zu husten. Und dann hört man sich selbst zu. Weißt du, das ist so, als würdest du dich vor einer Mantikönigin verstecken und du versuchst, ganz still zu sein. Also konzentrierst du dich auf deine Atmung und hörst ganz laut deinen Herzschlag. Und dann fragst du dich, wie die Mantikönigin das nicht hören kann. Und dann musst du ganz plötzlich niesen und erinnerst dich an die letzte Lieferung, die du auf Zoras Tisch gepackt hast. Und als du dann genießt hast, ist sie runtergefallen und ein paar Sachen sind kaputt gegangen. Meditation ist so ähnlich, nur dass man dabei absichtlich an solche Sachen denken soll. Graham nennt das, ich weiß nicht mehr, wie er das nannte, Remedizenz. Er sagt, da würde unsere eigene ewige Wahrheit an die Oberfläche kommen und die Sachen, an die du dich erinnerst, sind die, auf die du dich konzentrieren sollst, um ein besserer Mensch zu werden. Als wir zusammen meditiert haben, habe ich mich hauptsächlich daran erinnert, dass es weh tut, auf Steinen zu sitzen. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich mehr Muskeln am Hintern brauche. Mehr Fett, meine Liebe, mehr Fett. Muskeln tun weh. Wenn du dich auf Muskeln stützt, dann tun sie weh. Liebes Tagebuch, Zora oder Zora ist echt clever, aber manchmal kann sie eine echte Zicke sein. Ich sollte für sie Infos aus Cascadia holen, aber ich konnte keinen Weg um die Plünderer drum herum finden. Also habe ich aufgegeben und bin nach Fallbrook, um stattdessen Vorräte zu holen. Und als ich da war, ist Chess Tiri auf ein paar Runden Whist vorbeigekommen. Sie ist so cool, sie spielt da immer. Wenn ich Bits verliere, regt mich das so was von auf. Ich habe ja nicht viel, deshalb tut es mir so weh, wenn ich was verliere. Aber Chess Tiri kann ein paar Tausender in einem einzigen Spiel verschleudern und ihr macht das gar nichts aus. Naja, also manchmal trinkt sie etwas und haut auf den Tisch und stirbt raus, aber trotzdem. Meistens lässt sie es kalt und das bewundere ich. Jedenfalls, als ich zurückkam, hat Zora mich angebrüllt, weil ich ein bisschen zu spät war. Blablabla, Medizin, nicht schnell genug da und so. Graham hat mich bloß gebeten, beim nächsten Mal nicht die Zeit zu vergessen und das habe ich ihm versprochen. So bringt man Leuten was bei. Man muss sie nicht anbrüllen und dafür sorgen, dass sie sich schlecht fühlen. So, so, so. Ey. Schade. Heute hat mir Zora die Erlaubnis gegeben, Munition von Bronson zu kaufen. Eigentlich möchte ich das gar nicht, aber sie sagte, ich sollte welche kaufen, nur für den Fall. Aber Knarren sind so fürchterlich laut. Ich würde lieber wegrennen, als damit zu schießen. Trotzdem bin ich irgendwie stolz. Zora hat gesagt, das sei so eine Art Beförderung für das, was ich in der Wildnis gefunden habe. Ich glaube, es ist ein Code für eine Tür, aber ich weiß nicht, warum der so wichtig ist. Ich komme nicht mal in die Nähe von dem Ding, ohne dass mich etwas angreift. Ich habe sie gefragt, was seine Beförderung ist und sie lächelte irgendwie so traurig und sagte, es sollte mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. So, was hast du denn gefunden für einen Code? Dies wird mein letzter Eintrag sein. Tut mir leid, Tagebuch. Du warst so ein guter Zuhörer, aber unsere gemeinsame zeigt nicht sich dem Ende zu. Das Terminal hat gestern schreckliche Piepsgeräusche gemacht und als ich weg war, hat es jemand zertrümmert und jetzt kann ich keine weiteren Einträge mehr speichern. Milton kann es nicht reparieren und außerdem sagt er, ich soll mich nicht mehr in sein Haus schleichen, wenn er nicht da ist. Das ist nicht mal ihr Terminal. Wer auch immer das arme Terminal kaputt gemacht hat, wenn du das liest, Schnüffel, Schwefel. Das war niemals ihr Terminal. Bekritzeltes Magazin. In dieser Ausgabe von Jägerin der Albtrünnigen durchstreift die Heldin den gefährlichen Höllenschlund namens Monarch. Teile des Textes sind durchgestrichen und ersetzt. Zudem hatten in der Originalfassung vermutlich weniger schurkische Abtrünnige auf gemalte Bärte und Hüte. Hat jemand drin rumgemalt? Ja, ich ich kann es einfach nicht lassen. Wisst ihr, wenn da etwas rumliegt, dann will es aufgehoben werden und mitgenommen. Es ist doch einsam. Ich meine, die benutzen das doch nicht. Es liegt da rum und die benutzen das nicht. Irgendwer muss es doch benutzen. Ich würde es ja benutzen, aber nein, ich bin natürlich der Böse, wenn ich mir was anfasse. Naja. So viel zu dieser Folge. Ich wurde zweimal ertappt. Die hassen mich jetzt schon. Die hassen mich einfach jetzt schon. Aber sonst, wir nehmen es einfach mal hin, dass sie mich hassen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.